Hey Mädels, heute möchte ich euch die Nagellackfarbe 010 von Trended Up der neuen Eigenmarke von DM zeigen. Ich habe mich hier für einen holographischen Nagellack entschieden, der in Gold und Rosa changiert. In zwei Schichten ist dieser Nagellack super deckend und hält bis zu vier Tage ohne zu splittern. Für meine Verhältnisse eine ordentliche Leistung. Ich zeige euch noch natürlich ein kleines Design dazu und zwar bemalt ihr eure Nägel erstmal schwarz. Bei mir ist es ein matte Schwarz, aber das ist nicht erforderlich. Nachher kommt da eh ein Topcoat drüber. Wenn das schwarz trocken ist, nehmt ihr euch ein Make-up Schwämmchen und pinselt etwas von der Farbe drauf. Das einzige, was ihr jetzt noch tun müsst, ist das Ganze auf die Nägel zu tupfen. Die erste Schicht könnt ihr etwas höher ziehen. Und die zweite Schicht würde ich auf die Nägel zu tupfen. Und dann könnt ihr euch weiter unten intensivieren. Es ist super einfach und geht mega schnell. Das geht's. Musik 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 Zuletzt noch ein Topcoat drüber und fertig. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!